Hallo zusammen, ich bin Nico, mache die Lehre aus Polymechaniker bei Gies in Schütz. Ich gebe dir gerne einen Einblick in meinen Alltag. Komm doch mit! Mir gefallen die abwechslungsreichen Tätigkeiten, die man aus Polymechaniker hat. Zu Beginn der Ausbildung wird man das Fräsen, Bohren und Drehen mit konventionellen Maschinen. Schritt für Schritt wird das Programmieren und Einrichten der CNC Maschine beigebracht. Es gibt praktisch nichts, was wir nicht herstellen können. Zudem bin ich ein Allrounder für Einsätze mit Montageabteilungen gefragt. Wenn du gerne Handrecher gearbeitet hast, Freude an Maschinen und neuen Technologien hast, dann ist die Ausbildung genau das Richtige für dich. Neben dem Handrecher für Geschick sind ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen und gute Mathekenntnisse gefragt. Mein Lehrbetrieb Gies AG kennt sich als Hersteller von Elektrokettenzügen und Fransystemen mit Lasten aus. Mit treuem Motto Deine Ausbildung zum Ableben absolvieren aktuell 11 Lehrlinge eine Ausbildung zur Polymechanikerin oder zum Polymechaniker. Mit der Lehrlingsabteilung haben wir sozusagen unseren eigenen Trainingsplatz, wo wir auf modernen Maschinen unser Gelernter anwenden und beweisen können. Wir unternehmen viel miteinander. So gibt es z.B. jährlich ein Lehrlingslager und eine Schulreise. Spontane Ideen, wie z.B. selber einen PS4-Controller herzustellen oder Komponenten für das Töffchen zu machen, werden sofort in die Tat umgesetzt. Bist du bereit zum Abheben? Dann bewirb dich jetzt für eine Lehrstelle oder komm für eine Schnupperlehr vorbei bei Gies. Wir freuen uns auf dich! Bist du bereit zum Abheben? Bis zum nächsten Mal.